Ich bin Jürg, der Unternehmer und Nationalrat und ich habe diesen Kanal mit mir, Jürg, dem Ständeratskandidaten gemacht. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Gute Arbeits- und Ausbildungsplätze in zukunftsträchtigen Branchen wie der Erneuerbare-Energie-Effizienz sind elementar für den Kanton Bern. Sie bereiten uns den Weg zur Energiewende, aber auch unsere Zukunft vor. Nicht nur für Bern, sondern für die ganze Schweiz. Er ermöglichen wir den heutigen, aber auch zukünftigen Generationen, ein Leben in einer intakten Umwelt. Für mich als Unternehmer ist der freie Wettbewerb absolut zentral. Aber auch die ökologischen und sozialen Verantwortlichen stellen wichtige Pfeiler in langfristigen Wirtschaften dar. Dafür setzen wir nicht mehr ein. Und darum braucht der Kanton Bern unbedingt auch Unternehmer im Ständerat. Mein Name ist Jürg Grossen, Nationalrat Grün-Liberale Bern. Der Film ist im Kosten. Ciao. Ciao. Merci vielmals. Danke. Ja, und nicht vergessen, am 18. Oktober die Liste 13 wählen und zweimal Jürg Grossen draufschreiben. Und bei den Ständeratswahlen auf die oberste Zeile ebenfalls Jürg Grossen schreiben. Herzlichen Dank. Danke, Gabe L prevalence. Danke. 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 Danke.